Gilt die Rentenerhöhung 2022 für meine zwei Renten oder nur für die höhere von beiden Renten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Beratungsfrage bekommen, die lautet, ich beziehe seit dem 1. Februar 2022 eine volle EM-Rente. Ich bin auch Witwe und erhalte ab dem 1. Februar 2022 die Witwenrente wieder gezahlt. Davor wurde die Witwenrente wegen Einkommensanrechnung nicht geleistet. Die EM-Rente ist deutlich höher als die Witwenrente. Bekomme ich jetzt auf beide Renten ab dem 1.7. die Rentenerhöhung oder nur auf die höhere von beiden Renten? Ich habe im Internet gelesen, dass nur auf die höhere der Rente bei Mehrfachrentenbezug die Rentenerhöhung ausgezahlt wird. Stimmt das wirklich? Nein, das ist natürlich, gelinde gesagt, völliger Blödsinn. Alle gesetzlichen Renten werden zum 1.7.2022 angepasst. Entweder als einfacher Rentenbezug aus einer Altersrente oder EM-Rente oder bei Mehrfachrentenbezug, wie zum Beispiel Kombination Altersrente mit einer Witwen- oder Witwerrente oder eine EM-Rente in Kombination mit einer Witwen- oder Witwerrente. Die Rentenanpassung mit den neuen Werten wird auf alle gesetzlichen Renten vorgenommen. Wer zwei gesetzliche Renten bezieht, wie zum Beispiel eine Altersrente und Witwenrente oder Witwerrente, bekommt dann auf beide Renten die Rentenanpassung ausgezahlt. Ein wenig kurios kann es werden, wenn zum Beispiel die Rentnerin eine Altersrente West und eine Witwenrente Ost bezieht. Dann gibt es für die Rentenerhöhung der Altersrente den Rentenwert West, 36,02 Euro, und für die Witwenrente den Rentenwert Ost, 35,52 Euro. Und ganz verrückt wird es, wenn ein Versicherter in Kombination aus eigener Altersrente eine Witwen- oder Witwenrente bezieht, aufgrund eines Arbeitsunfalls oder Berufskrankheit eine eigene gesetzliche Unfallrente bezieht und noch sogar eine Unfallhinterbliebenenrente bekommt, weil der Todesfall des Ehegatten durch einen Arbeitsunfall verursacht worden ist, dann kann es sogar vier Rentenanpassungen zum 1.7.2022 geben. Ob es dann zu einer Anrechnung der jeweiligen Renten untereinander kommt, ist hierbei eine völlig andere Frage. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Bis dann! alo. Vielen Dank.